So, meine Freunde der fliegenfreien Zone. Ich befinde mich gerade auf meinem Balkon und es ist Sommer und es ist warm und die Fliegen schwirren hier in der Gegend rum. Die meisten Leute wollen ja nicht, dass diese Fliegen in der Wohnung sind. Deswegen habe ich mir hinter mir so einen Fliegenvorhang hingemacht und der hat in der Mitte ein Magnetband und ich sitze im Rollstuhl. Deswegen kann man seitlich mit den Dinger hängen bleiben. Das hakt sich ein und da tut es eigentlich so ein kleines Plastiktütchen. Das stülpen wir einfach darüber und denken viele, dass das ein Problem ist, mit dem Rollstuhl da durchzufahren. Ich zeige es einfach mal. Ich habe hier noch so eine Rampe, wo ich drüber muss. Und wie man schon gesehen hat, geht es problemlos auch wieder zusammen. Jetzt fahre ich einfach noch mal raus. Und schon bin ich wieder draußen und die Fliegen, die bleiben auch draußen. Und ja, die Dinger, die sind mit Klett festgemacht. Das heißt, da haben wir auf der linken Seite ein Klett, oben ein Klett, rechts ein Klett. Die klebt man einfach hin. Und dann tut man dieses Gitter hier einfach draufkleben. Unten lassen wir am besten einen Zentimeter Luft, dass es nicht streift. Und das Ding habe ich auch den ganzen Winter schon dran. Und das funktioniert echt einwandfrei. Also kriegt man in verschiedene Größen. Also in der Höhe verschieden, in der Breite verschieden. Muss man einfach messen. Also im Endeffekt, da wo der Rollladen läuft, da haben wir das Zwischenbasis von links nach rechts und in der Höhe, wie gesagt, da kann man auch oben. Und dann ist der Rahmen ein bisschen breiter. Und da kann man dann praktisch auch variieren. Und da sage ich mal zwei Daumen nach oben. Und ja, seitdem habe ich keine Fliegen mehr. In der Wohnung kann ich offen lassen. Ich habe auch keine Schnaken in der Wohnung. Also wunderbar. Also, Expertentipp von Peter. Muss man unbedingt haben. Ciao, ciao.